Kirsche Du bist auch so ne Kirsche Blöde Kirsche Du bist MEINE Kirsche Zendus, ey Bekommst du davon nix ab oder wat, wenn du das Geräusch machen musst? Wie geht dir von einer ab, ne? Alta Schwede Ich glaube, du hast nen Komplex Ich? Nö Nö Du vielleicht, ja Nö Boah, jetzt mach ich jetzt mal ne Mike's Gerät Bruch, ne Bruch Rohstoffe Ich würde hoffen, dass sie gleich nicht an die Tür klopft Na, bis am Aufnehmen Na, bis am Aufnehmen Na, wenn die nur Quatsch nirrt, dann ist das anders Das ist sie Nein Oh Die Namen, da hab ich nicht, die hat nen Namen Gott hat ihr Namen gegeben Fotze Nein, nicht Fotze Alter Ähm So, alle Silly Single Ladies So, jetzt haben wir nen Cobblestone gebildet hier drinnen Ähm, was ist mir in der letzten Aufnahme Session passiert? Wo hab ich aus dem drauf gedrückt? Weiß ich nicht Hm, F11 Vollbildmodus und das ist mir eben schon wieder passiert Und erstmal grad Norton wieder mitten in der Aufnahme Missprogramm Yeah, und ich hab Aufnahme beendet dadurch Da bin ich wieder Weil ich aus dem auch falschen Knopf gedrückt hab Ähm Ex-Karate Äh Drei reicht erstmal So Das ist super Übertreibt ja nicht wie Johnny Das ist super Äh Hey Johnny Alter Johnny Johnny Was? Der Pikman ist bei mir Komm mal schnell Das werden wir zusammen töten Der hat 120 HP Das hat ihr voll Ja, der ist bei mir Ach, ich darf hier nicht weg Weil Sonst steht die Töte hier still Komm mal Ah Ähm Ähm Was hat denn? Muss durch mein Durch mein Portal Linkst du oder rechts? Nee, ich krieg den durch Geht Nein, ich stepp gleich Links oder rechts? Wow Rechte, 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 rechte Schnell, der ist hinter mir her Schnell! Ihr! Ich seh keinen Ach doch da So Was gab's? Äh Iron Chestplate Eine Diamantext Was hat die drauf? Äh ErfrisHSC 2 Ja, uninteressant Und Und Guck mal hier, was jetzt man kann Silva Das ist irgendwo Ein Meist geht. Loot, 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 loot Loot, loot, loot Gut die requesting wieder unterwegs Na ja Na's Nach die wings Nicht nur Das hat sich fast sogar gereimt. Usa! Da kommt noch einer runter. Kappen! Oh, gleich hörst du noch. Rums, rums, rums! Irgendwo ist er in der KT-Combiet runtergekommen. Ja. Warte ich nur drauf. Kappen. Hast du eigentlich ne Ahnung, wie das mit dem Radius gemeint ist, Johnny? Sind 2x5,50? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hast du ja gemerkt. Wir sind ja weiter weg. Und das ist ja auch nicht geklappt. Oh nein, das ist meine Turtle stehen geblieben. Aha. Aber ich kann Chunk-Clauder hier ab. Aha. Der braucht keinen. Mann, ich hab so viele Enderperlen gehabt, hab ich nicht mehr. Mist, hab ich meinen Radius umgestellt hier? Ne. Na Turtle? Oh, du bist ja schon ein schön weit unten. Gesterben. Ach ja. Hat ja schon super viel eingesammelt, die Turtle. Zack, zack. Hallo? D Das war ich's nicht. No. Da geh doch einfach in die Wüste rein, mach ich auch immer. Da sind nur so viele Wüstebeleidigungen. Wer, was delle? Das war er nicht. Also ständig, aber ich schwöre. Ja ja. Du warst es. wo bei euch aber mir von euch direkt bei mir star pieces so jetzt mal ein paar öfen machen hier und spinne die mich auf den sack ich bin die römer jedes ding creeper ich bin die johnny's so ungefähr ja 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 jolo sven kurensohn also nicht sein doch hallo hallo schokolade hallo ich wollte ja kohle haben haben wir sicher das ganze holz verbrannt aber das ist jetzt auch nicht mehr da wegen wem wohl halt die fresse einfach nur wegen wegen dem server gut gerettet mehr habe ich nicht gesagt gute gut gerettet sagst du gut eingefettet aber die muck ist gerade so chillig ja und interessiert kohle 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 ich kann doch holz verbrennen aber ich glaube mein enderpearl ich mache mir jetzt noch mal junkl oder ich weiß wo ich mir welche holen kann junkl oder zaubertisch da wo ich also enderpearl die kriegen ja richtig leicht ja enderpearl ist auch kein problem aus welchem grund wohl auch die leute oder gewünscht ist den wir nicht sehen ja vielleicht weil das scheiß ausgestellt ist dass wir die sehen können haben irgendwelche normalen bücher auch stimmt nicht ich glaube nicht mehr warum muss aber bestimmt auch nicht doch da ist komische zuckerrohr was kann man auch bambus kind da kann es aus und landes kind ist sogar kennen kannst du nichts machen das andere naja von mir kann man auch nicht von mir steht ja normal beim muster naja sogar kein bei mir ist ja schon richtig beschriftet sogar keine was anderes bambus ich bin der geschichte aber nachher wir haben ja ich glaube man sagt daraus und fällt die ein dinger im ab wo also was hier um den see steht macht doch und konnten sie zwei minuten haus noch einer xp man mag ist die komische farm noch da die dahin gestellt hatte komische farm wir haben mit den spawnern drin weiß ich nicht du weißt ja gar nichts weißt es auch nicht ne woher auch habe ich ja noch nicht geguckt boah verrät wieder wohl noch sein weil die smeltwie steht ja auch und die smeltwie war ja danach er ist was hast du gravel 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 protection unbreaking timer so noch einer irgendwo ist die deutsche spawner so zwei diamantos sattelten alles wenn die mit nehmt äh wie geil endertod springt in wasser rein kommen die beiden eltern die eltern sind direkt auch im wasser das schön aber aggressiv sind sie jetzt schenklauter brauche ich nicht brauche ich nicht obwohl die nämlich mit aber heftig ist das schon ich nenne die folge endertod und hat ganz viele aufrufe ohne portugan hast du deine noch ich habe eine noch ja ja die du von mir hast die ich dir gegeben habe die hast du mir die gegeben ja das war von mir nachher ich erinnere mich da war ja was war ja so nett ja du warst so nett ich tue mal ein bisschen wieder an der bug switch farm ein bisschen essen holen wollen wir denn noch knüchen 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 hier sind keiner wollen so tun die sind ja richtig leer ein sortiert ich finde richtig enderman auch gerade neben mir so ich bin der porten hier wir haben hier keine hessischen knochen mehr drin da gibt es doch genug nein ich muss ja immer ein paar ach ja da gibt es doch die wollen ja auch nicht mehr mit gehabt gehen wir weg enderman will ich jetzt nicht angucken ich will keine angucken ja bei deinem gesicht würde es ja auch nicht tun bei dir kotzt man ja nur ich hab dich auch gern dann habt ihr es wieder lieb naja wir haben uns immer lieb gehört sich doch so ich nehme gleich ein steck mit und teil muss uns so wieder anpflanzen ja macht das es gilt für euch auch nicht nur dass ich jetzt hier alles rein diese geister rüstung haben die schwerte noch zwischen den beinen hast du noch nie gesehen was mit dem giant sword im inventor oder was ne die geister rüstung wir haben die schwerte auch zwischen den beinen stehst du doch drauf bin ja nicht gut die ganzen bücher was da unten drin gibt es wieder ne ja schon krank wenn wir schnell in die wände reingucken wie viel ich da gewonnen habe ne flash ja brauchen wir nicht mehr 26 kartoffeln jetzt ein minotaurus die zwei stecks ruhig rein und die vier müssen wir wieder an die fahr einer farm behalten die benutzen kann macht doch eine truhe rein ja ich guck gerade auf irgendwo eine haben da ist eine truhe wir haben genug truhen eigentlich es geht nur um also potatoes ja wo tue ich die denn mal hin ich gucke gerade ob wir noch eine zweite truhe irgendwie rumfliegen haben stirbt da so eine zweite truhe okay doch also haupt essen tue ich hier noch bei uns im haus sind macht könnte da immer kartoffeln noch holen du kannst ja du kartoffel du kathol mich immer schritten eine schaufel vertigo kann auch vertigo kann was damit mit dem torus mich eben gehauen habe ich habe mich voll erschrocken ooooh ich gerade die wand weg machen wollte gucken ob da ein spawner drin ist und ne truhe jup beides ja ich weiß ich habe keinen chunk lauder hier stehen gehabt du blöde turtle ja meine turtle ja eigentlich müsste man ja noch weiter arbeiten wow jetzt kommen noch mehr gegner jetzt zieht direkt erst mit den chunk lauder hier und zack komm verreckt schon laser ne leyen das denn circuit ok keine ahnung am wacking eins schaufel wow hallo lass mich in ruhe du missvieh irgendwo muss hier der scheiß spawner ne wand sein mit vampirismen ist das gut mit vampirismen ist das gut bezaubert vampirismus ich lade erstmal 10 chunks das sollte reichen oh ein ender übertreibend sie immer so ja was überleg mal wenn ich jetzt spawnen würde ja dann mach ich aber nur 8 aber die brauche ich auf jeden fall ich guck gerade auch der soll aber genau an die knie ja komm ich mach nur 6 aber die 6 werde ich auf jeden fall verbrauchen ok 4 ich übertreibs nicht 3 reichen glaub ich auch du doch nicht ich guck gerade johnny wenn johnny sagt ich sonst übertreiben ich lass grad neun chunks laden das ist